Musik So, es geht weiter mit dem zweiten Versuch. Wir haben das hier schon mal aufgenommen, aber die Videodateien sind kaputt. Yay! Juhu! Also, nochmal den Quatsch machen. Es wird wohl kaum schneller gehen, weil ich eigentlich nicht gefehlt habe. Oh! Freude pur! So. Hochklettern. Wenn sie will. Dipp, 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 dipp. Miau! Meinst du? Ja. Definitiv. So, dann einmal das. Und den Fahrstuhl. Dann wieder den Weg zurückklettern. Speicher brauche ich ja nicht, wenn, habe ich ja Saves, so ungefähr. Na. Na. Hörst du mal? Sie mag dich, glaube ich, nicht. Nee. Das merke ich schon. So. So. Zack, 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 zack. Falte Symbol. Ach so. Ich sollte ja wenigstens nochmal zeigen, wie man auf die Symbole kommt. Äh. Solltest du das? Na ja. Sicher? Eigentlich nicht so wichtig. Also das sind zwei von den Symbolen und die anderen standen, äh, im Tagebuch. Und der nette Herr hat sich die gerade alle noch auf den Tettel geschrieben. Ja, den Tettel habe ich auch noch. Du musst dir das eigentlich nicht nachgucken. Äh. Da waren sie. Du, 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 du. Äh. Und jetzt. Drehen. Nein. Das nächste ist ein Gewoll, das ist ganz linke. Äh. Ein bisschen schneller darfst du, Lara. Nein, nöte. Aber eins weiß ich, was ich gleich machen werde. Hm. Wenn ich da oben bin. War das eins? Ja. Was? Ja, me. Ja, me. Nicht aufgepasst, aber... Gut. Äh. Das war gerade eben schon so ätzend. Oh, da ist... Internet... ...zusammengebrochen. Läuft. Gerade eben das nicht passiert. Äh. Ich mach jetzt trotzdem... ...mal eben weiter. Äh. Weil das ist eh jetzt nicht so spannend. Ein neues, ähm... So. So. Dann geht das da oben auf. Muss den Weg zurückklettern. Nach oben. Das mit Skype wird gerade glaube ich nicht. Ja, da ist es... ...zusammengebrochen, aber... Ähm... ...hier oben wollte ich eh einen Sicherheitscut machen. Also, bis gleich. So, geht direkt weiter. Darlene, ist hier da. Hallo. Mein Internet war böse. Es wird nicht wieder vorkommen, hoffe ich. Ein paar Minuten haben wir in dem Part noch. Und jetzt sind wir in der Grabstätte der... ...wo ich gerade so ein bisschen rumprobiert habe schon. In dem Part davor. Der nicht gespeichert wurde. Ja, genau. Sehr gespeichert wurde, aber irgendwie... ...kaputt war. Ja. Hm. Suizid. Suizid, ja. Der Part hat sich selber umgebracht. Diesmal hat sich das Spiel sogar nicht aufgegangen. Also, ich... ...bin optimistisch. So. Da runter. War Fail. Hallo, Mr. Skelett. Äh. Das war der Part von Galen. Da kann ich auch gleich das ja. ...laden. So. Ich war einmal zu schnell mit runterlassen. Die war ja noch runterklettern. Hey. Ja, ja, komm. Dass man diese Kamerafahrt noch nicht beenden kann. Das ist vielleicht ganz gut für die Leute, die es gerade eben noch nicht gesehen haben. Ja, aber das ist ja schon das zweite Mal. Ich bin ja gerade gefailt. Stimmt, da war was. Ach, da ist noch eine Fliegermaus. Medaflaus. Das ist ja so klar. Das hat sie gerade eben schon gebracht. Ich weiß. Ich finde das toll. Ja, ich... Ich habe da jetzt nicht gespeichert, aber da müsste ich da ungefähr sein. Ja. Hooray! Dann da rein. Lauf mal ein Stück schneller. Dann hier runter. Und da runter. Und da runter. Letztes Mal habe ich das viel schneller geschafft. Und laufen, 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 laufen. Das habe ich aber wann die Bierte geschafft. Wow. Ey. Wieder Flaus. Sie ist tot. Äh. Und laufen, festhalten, klappt es nicht. Aber ich habe eh den Speicherpunkt von da. Bevor ich hier jetzt nochmal ewig lange rum... Ne, das war der Falsche. Ich wollte das andere. Den Sprung... Ach, egal. Doch, den Sprung muss ich jetzt auch... Es geht ums Prinzip. Ist auf Aufnahme schon. Wahrscheinlich fehlst du jetzt irgendwie noch fünfmal. Und dann... Ja. Ja. Bitte, nochmal. Das ist okay. Ist okay. Aber hier werde ich bestimmt noch ein paar Mal fehlen. Oh, nee. Wow. Aber sie will sich nicht um die Ecke haben. Ich muss hier hoch. Mich da runterlassen, um weiter zu hangeln. Genau. Da dann um die Ecke zu hangeln. Ist das bescheuert. Warum hat sie das nicht vorher gemacht, mit dem um die Ecke hangeln? Sie mag mich heute nicht. Mark, hat sie dich jemals gemocht? Gute Frage. Ich hab keine Ahnung. War hier nicht irgendwo was von Klettern? Äh... Ja. Warte. Nein, du musst nichts nachgucken. Aber ich hab hier irgendwo was mit Klettern gesehen gehabt. Achso. Ich weiß noch nicht, wo es war. Komm ich da hoch? Was soll ich denn da oben? Du musst nach unten. Das weiß ich. Ich vermute mal... Vielleicht lässt du dich da irgendwo unterhangeln lassen? Dass ich hier runter... Ja. Müsste gehen. Ja. Perfekt. Und... Loslassen. Hooray! Jetzt wartet wieder ein Sprung auf mich. Dann speicher ich. Wenigstens speicherst du gerade nicht mehr jede Minute. Ja, weil ich... Die Sprügel ja alle gespeichert hat. Meine Güte. So. Ne. Ich hätt's sogar geschafft, wenn ich... Den gemacht hätte. Oh, da ist ein Hebel. Wenden, du musst jetzt nach oben. Wieder. Das wär witzig. Ich trau dem Ganzen. Ich glaub auch, dass es auf Zeit ist. Kann das sein? Ja, nee, ist klar. Wow. Wow. Wunderschön. Nur, wo soll mich das hinführen? Äh, ein kurzer Sprung. Ein kurzer Sprung ist schon ein bisschen... Also aus dem Stand ein Sprung. Äh, ich bin schon auf der ersten. Okay. Zweite. So. Das Skelett wartet da unten immer noch auf mich. Ging's hier nicht nach oben? Nein. Hä? Du musst nach einer Plattform weiter, glaub ich. Wie ich das jetzt gemacht hab, weiß ich selber nicht, aber hey. Jetzt musst du, glaub ich, nach unten. Die Plattform. Sind ja welche unten noch. Ja, nur wo... Äh, falsch. Andere Seite. Ja, das konnte ich gerade nicht sehen. Njajajaja. So. Dann nochmal darüber. Und... Im nächsten Part geht's nach ganz unten. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.